Qualifizierung mit TTS Bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen Sie der Quick Access und die Guides. Und zwar genau dann, wenn Sie gerade nicht weiter wissen. Das ist vor allem bei selten genutzten Funktionen sehr hilfreich. Ein Beispiel. Sie haben eine neue Berufsbezeichnung und möchten in Outlook Ihre Signatur aktualisieren. Das machen Sie nicht jeden Tag. Wo war doch gleich die passende Funktion? Die Orange unten rechts auf Ihrem Bildschirm erkennt, in welcher Anwendung Sie sich gerade befinden. Ist die Sync-Funktion aktiviert, werden Ihnen kontextsensitiv die passenden Hilfedokumente angezeigt. Alternativ können Sie auch einen Suchbegriff eingeben. Die TT Guides leiten Sie Klick für Klick durch Ihre Bearbeitung. Über 1100 Guides für Microsoft Office und Windows 10 helfen Ihnen bei fast jedem erdenklichen Problem weiter und führen Sie zum Ziel. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lernen und der Arbeit mit Microsoft Office. Untertitelung des ZDF für 751,娘 rice cual